Ok, heute ein Smart Video aus der Brombeerhecke. Wie sammelt man Brombeeren? Das muss man beachten. Reife Brombeeren lassen sich ganz leicht lösen. Also die sind einfach noch zu fest dran, obwohl sie schwarz sind. Die geht schon von alleine ab und dann sind sie auch reif. Und was ganz wichtig ist, ein Insider-Tipp, Obst immer mit Grün essen. Das heißt, sucht euch junge Triebe. Die gehen meistens ganz leicht ab und esst sich zusammen mit den Brombeeren. Macht viel länger satt und gibt mehr Energie und die Brombeeren schmecken viel besser. Also viel Spaß dabei und gebt mal Feedback.